Guten Tag meine sehr verehrten und geehrten Damen und Herren. Heute haben wir eine Untersuchung von einem speziellen Lebensmittel in Deutschland. Viele sagen ein Getränk oder andere sagen ein Lebensmittel. Speziell es ist ein Produkt von Deutschland mit viel Variation. Es handelt sich um Bier. Bier ist ein Produkt von der Natur und wir haben uns vorgenommen zu schauen nach die Ingredients. Wie sagt man, was ist drin in die Lebensmittelgetränke? Bier, was ist da drin? Wenn wir schauen, fallen uns zwei Dinge auf. Wir hatten eine Untersuchungskommission mit viele Wissenschaftler um herauszufinden bei dem Bier. Es hat etwas gedauert und dann sind sie wieder hereingekommen. Die Wissenschaftler und alle unsere Lügenköpfe haben herausgefunden. Im Bier steckt Brei und Brie. Diese zwei Produkte haben wir genau analysiert und zu sagen ist Brei ein spezielles Getränkbrei für Personen bis ein Jahr und ab 81 Jahr. Die Besonderheit für beide Gruppen von Personen ist, beide sind zahnlos, also kein Kunde mehr für Zahnarzt. Sie verstehen und das zweite Produkt ist eigentlich ein Original-debrief. Der Brie ist die harte Weichkäse aus den Burgessen, am nördlichen Rand in Lothringen, an der Côte d'Azur bis zur Normandie in der Nähe von Britannien. Sehr bekannt. Man kann den Brie essen, man kann auch durchschneiden und kleine Stücke essen. Wenn man dieses Produkt zusammengibt und noch ein bisschen wartet, dann ergibt sich aus diesen Produkten das Bier, dieses Lebensmittelgetränkprodukt. Auf Wiedersehen.